da ist lava ist gerade ein zombie stirb geht doch so uah 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 damit haben wir das skelett abgeerntet lapis dass ich mal da spinne gehört spinni ha genau so mag ich das mit spinnen einfach verrecken einmal die kohle mitgenommen denn dann haben wir ganz viel kohle erz hat was reizt du dich denn da so dran hat ich erne gerade mal kohle ab einfach damit ich mir wieder fackeln machen kann weil ich habe kaum noch welche ist das problem das ich sollte nicht weiter abbauen weil da ist lava und die will ich natürlich nicht auf mich drauf fließen lassen das wäre ungesund glaube ich da will ich auch nicht hin weil da lava ist ja ja wo kann ich denn noch hingehen und kohle abbauen hier ist keine kohle wie ich das sehe so dann mache ich mir einmal hier so 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 ich repariere mal eben die spitzsacke einfach weil dann habe ich wieder einen platz im inventar mehr wow so 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 äh Alter ich höre die überall das ist äh die stöhnen mir hier direkt ins Ohr äh wo sind die die müssten hier praktisch direkt neben mir sein ja explodiert doch so hier ist nichts weiter äh dann dann baue ich hier mal eben die ganzen rohstoffe ab die ich doch dringend brauche ja diese Zombies ne äh Alter diese Höhle ist ganz schön groß da hat man sowas zuletzt gesehen so ne wirklich großen Höhlenschlund und einfach mal hier so mitten in den Fels ragt aaah stirb stirb nein ich brenne aaah äh alter äh 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 ich seh Zombies ne fress ich erstmal was damit die mich nicht gleich wieder umbringen mich nicht gleich wieder umbringen so halb äh ich steh hier ja relativ sicher gerade also relativ ist äh sehr relativ in dem Fall so lass mich erstmal wieder voll heilen einfach damit ich hier nicht gleich wieder verrecke so war jetzt zwar sehr verschwenderisch von den Broten her aber so das war es mir ist gesagt wird wo war alter wo kommen die alle her haha stirb geht doch so einmal hier oben alles ausleuchten weil hier kommen sie ja ständig her uaaaaaah so alter wo kam die denn her die muss hier an der Decke gehangen haben und auf mich gewartet haben ich höre Zombies aber ich sehe sie nicht das ist äh beunruhigend wenn man Sachen hört aber nicht sieht die sind ja vor allem direkt um die Ecke wie es scheint ha ja ja brenn doch an v dann hier einmal das eisen mitnehmen ich brauche wie gesagt immer noch eisen ganz viel davon weil wir haben kaum noch welches ich glaube wir haben alles eisen was wir haben mit und das sind 23 und gut 1 deck jetzt wieder ich würde die eier loswerden so kam leider kein huhn raus aber das ist mir jetzt mal egal so dann baue ich mich am besten mal hier rüber einfach damit ich hier da auch die erde loswerde hallo dachtest du dir wohl so so rennt erlaubt aufzuhören zu brennen ich sehe dich wo habe ich mein holz da habe ich mein holz so nein du darfst nicht explodieren wenn ich in der nähe bin lapis weil lapis brauche ich ehrlich gesagt am wenigsten weil lapis damit kann man sachen verzaubern und das war es dann auch schon ungefähr man kann blaue farbe draus machen man kann blaue farbe nicht draus machen es ist blaue farbe aber ihr wisst was ich meine so 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 und so 20 haben wir so dann machen wir einmal hier 20 davon und dann haben wir hier gleich wieder unmengen fackeln so viel brauche ich doch eigentlich gar nicht komm und hier diesen sind ein granit stelle ich mal hier in die ecke den brauche ich gar nicht ja dann geht es einmal hier rum wenn ich kohle mitnehmen aber ich habe keinen platz also ich habe platz aber ich würde nicht verschwenden für kohle sondern auch eher für sachen wie diamanten wenn ich welche finden sollte gut dann wäre sowieso schon so halb tot aber noch eine fliedermaus ich dachte gerade schon was ist denn das hatten wir hier nicht noch eisen irgendwo nein oh gott ich weiß jetzt schon nicht mehr wo es hier raus ging aus der höhle das heißt ich kann es nur ungefähr denken noch wo es hier denn raus ging jetzt hier müssten mal eine fackel ging es nicht irgendwie hier sagen und irgendwo wo ein wasserfall war weiß ich nur noch ja nicht hm 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 so steht es auch schon fast im eimer ich brauche einen neuen dann einmal hier einmal alles ausrechnen und das eisen mitnehmen wir haben ja mittlerweile tatsächlich schon über einen stack eisen das ist mehr als wir insgesamt vorher hatten was ich schon echt traurig finde irgendwo dass wir so wenig eisen hatten